Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Endwell und damit auch zur finalen Staffel, meine lieben Freunde. Jawohl, Staffel 4 und damit auch dann die letzte Staffel jetzt startet. Und ich habe offscreen viele Sachen verkauft, aber ihr seht immer noch, ich habe immer noch einiges an Trag, das wollen wir noch auf den Tränke mit uns rumschleppen. Aktuell ist jetzt mein Elementarismus auf 87, wir haben ja noch einen kleinen Bonus. Aber da ist mir ja auch eingefallen, dass es ja auch hier einen Laden gibt, der auf Magie und sowas spezialisiert ist. Deswegen würde ich mich mal gerne hier nochmal umsehen und gucken, ob wir da auch nochmal Elementarismusbücher bekommen, weil Geld habe ich noch und hier ist die Schule, ne? Da waren wir eigentlich auch noch gar nicht drin, ne? Ah, hier geht es runter, dann... Da ist der Rüstungsmacher, hier ist nochmal der Rüstungsmacher und hier ist Alchemist und Magie, genau. Das hatte ich doch mal gesehen. Vor einigen Parts, dass es hier sowas gibt im Sonnentempel. Und vielleicht finden wir hier... Oh, das sieht schön aus hier. Das ist wieder so ein Ding, ne? Ach ja, findest du? Bist du der... Ne. Ah, du. Ah, Flammentrunk, dich haben wir doch schon mal gesehen. Na sowas. Ihr seid die Prophetin, nicht wahr? Das Wunderkind. Höchst erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Ebenso, ebenso. Äh, sind euch die Namen Finn und Kapos ein Begriff? Ja, natürlich. Wer kennt die beiden nicht? Ein eigenartiges Duo, aber trotzdem unzerträglich. Warum fragt ihr? Äh, ich weiß nicht so recht, wie ich das sagen soll, aber die beiden sind tot. Was? Wie? Wie? Woher wisst ihr das? Sie haben mir geholfen, als ich an der Sonnenküste angespült wurde, aber unser Lager wurde von Banditen überfallen. Sie waren gnadenlos in der Überzahl. Bei Malfas. Das... Ich... Ein tragischer Vorfall jagt den Nächsten. Die Frage mag etwas eigentümlich erscheinen, aber... Hattet ihr die Möglichkeit, etwas von ihnen zu bergen? Ihre Amulette? Was sind das für Amulette? Die Abzeichen der Apothekarii. Es ist ein Ritual. Immer wenn einer vom Bund dahin scheidet, wird sein Amulett in Saldrins Hallen aufgehängt. Als Erinnerung, sozusagen. Sie sollten silbern sein, mit einem violetten Juwel. Habt ihr sie gefunden? Ich fürchte nicht, nein. Verdammt. Dann bleibt ihnen auch noch diese letzte Ehre verwehrt. Nun ja. Dennoch, danke für die Kunde. Ich werde so bald wie möglich eine Taube zum Bund schicken und sie informieren. Oh, guck mal, da können wir noch, äh, was raushenden. So, Wissen sammeln, das ist gut. Könnt ihr mir etwas über den roten Wahnsinn erzählen? Was habt ihr herausgefunden? Vom Offensichtlichen mal abgesehen? Nicht viel, leider. Das einzig Erwähnenswerte wäre, dass es extrem schwer ist, festzustellen, wann jemand von ihm befallen ist. Die betroffene Person beginnt erst sehr spät, ich nenne es mal offensichtlich verrückt zu werden. Und dann ist sie bereits unberechenbar. Wenn wir nur herausfinden könnten, wie genau dieser pyräische Siegelstein funktioniert. Reden wir nicht darüber. Es ernüchtert mich nur. Komisch, auch gerade eben im Text stand, es wäre ein rotes Juwel, also in den Untertiteln. Aber er hat von einem violetten Stein gesprochen. Also manchmal verstehe ich das irgendwie nicht so. Erzählt mir etwas über den Bund der Apothekarii. Euer Wissensdurst in Ehren, aber ich bin kein Magister und habe alle Hände voll zu tun. Zusammengefasst, wir sind Heiler. Und unser Pfad ist es, auf magischen und alchemistischen Wegen körperliche Leiden zu kurieren. Unser Kloster ist weit im Norden, auch wenn ihr es aufgrund des derzeitigen Schneefalls kaum erreichen könnt. Wenn ihr euch für unsere Geschichte interessiert, dann lest am besten ein Buch. Es gibt da eine Menge. Und nochmal ein bisschen Wissen gesammelt. Äh, ich brauche Tränke, zeigt mir euer Angebot. So, hast du den... Elementarismusmeister, sehr schön. Ja, alle elf Stück würde ich dir auch gerne abkaufen, aber die sind zu taus... Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Aber, ich habe ein paar Tränke für dich. Die ich nicht brauche. Hey. Dann machen wir nochmal ein bisschen Geld. Er hat jetzt auch fast nichts mehr. Habe ich irgendwie sonst noch was? Würde ich mal alles gerne behalten. Ich müsste aber auch eher auch mal gucken. Kann ich dir Bücher verkaufen? Oh mein Gott, ich kann dir Bücher verkaufen. Das ist natürlich optimal. Das ist gut. Das kennen wir nicht. Das aber... Da kann ich dir eins verkaufen. Das behalte ich. Sehr schön. Hä, wir hatten doch vier mystische Zauber. Wieso habe ich jetzt gerade... Jetzt sag bloß nicht, ich habe ihm gerade eins vertickt. Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Sag jetzt bloß, ich habe ihm gerade ein mystisches Zauber verkaufen. Nein, 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 zero, nein, 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 nein. Nein, das würde da stehen, wo ist mein anderer mystischer Zauber? Ugh, was bist denn du? Flammenmauer. Ist auf Englisch, toll. Hä, wir hatten doch mal vier mystische Zauber, soweit ich weiß. Und jetzt habe ich nur noch drei, oder was? Moment mal ganz kurz. Es sei denn, er will das andere mystische Ding gar nicht haben. Das könnte natürlich... Das könnte wohl sein... Ein mystischer Zauber? Nein! Ich glaube, dafür muss ich echt meist... Ich weiß nicht, wo mein mystischer Zauber ist. Aber Hauptsache, ich habe Kaonado und Licht. Das ist mir das Wichtigste eigentlich. Ähm... Ich brauche noch mal kurz dein Zeug. Ähm... Nee, 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 doch, doch. Ich bin nur falsch hier. Ich Mentalismusmeister, so. Überleg mal, obwohl ich so viel bessere Händlerpreise habe... Muss ich so viel bezahlen, das tut so weh. Ähm... Wir haben auch echt nicht mehr viele Lernpunkte. Also viel kann ich auch aktuell echt nicht mehr machen. Nur mit den Handwerkspunkten können sich noch... Einiges anstellen. Da würde ich auch gerne genau das in Handwerkskont setzen. Weil ich will ja natürlich meine Rüstung mal noch irgendwann verbessern. Ich glaube, das ist da in der Hinsicht eigentlich ziemlich gut. Rhetorik habe ich übrigens auf 76, habe es auf 75 Offscreen erhöht und habe dann noch ein Meisterbuch gehabt. Da habe ich das natürlich direkt ausgenutzt. So, wir haben nicht viel... Ähm... Wir haben nur jetzt vier Meisterbücher. So, ich brauche für den hier 17. Ich will das nämlich immer mal so gucken, ob sich da viel tut. Normalerweise aber eher nicht. Ähm... So. Ist immer noch auf 17. Okay, das hat jetzt also gar nichts gebracht. Aber egal. Das ist auf jeden Fall etwas, das ich noch hochsetzen werde. Auf 100. Definitiv. Hallo. Gut, dann würde ich jetzt sagen, geben wir die Quest ab. Ich kann jetzt ja hier nochmal mein Zeug hier ausziehen. Und die richtigen Sachen anziehen. So. Oh, und das hier noch. So, das müsste dann jetzt auch alles wieder stimmen. Genau, okay. Okay. Sehr schön. So, hallo. Ja? Seid ihr fündig geworden? Hallo. Ähm... Beim Apothekarius Dalgala, ja. Da geht ihr auf die Suche nach dem Stein und löst damit gleich ein indralesches Mysterium mit. Ich hatte mir vieles ausgemalt, aber das nicht. Ich frage mich, was aus den Mädchen geworden ist. Ein Teil der Energie wurde wohl tatsächlich in ihren Körper gebannt. Der Stein ist ein wenig matter als die anderen. Aber das sollte keinen Unterschied machen. Wenigstens war das Leid nicht umsonst. Wir haben den Stein. Lasst ihn uns einsetzen. Okay, und damit haben wir die Quest Zwei Seelen Teil 4 gestartet. Könnten wir eigentlich jetzt noch machen. Nochmal mit ihr ein bisschen darüber reden. Hier ist die Energie besser aufgehoben als in den Händen irgendwelcher armer Seelen, deren Gedanken die Hohn verpesten könnten. Nur noch ein Stein, Prophet. Jawohl, nur noch ein einziger und dann... Ja, bin ich mal gespannt. So, dann... Wenn wir mal mit Kali reden, ist sie denn... Wo ist sie denn? Sie ist irgendwo da unten. Okay. Ach, sie ist in der Schule. Da waren wir auch noch gar nicht drin. Dann gehe ich mal da auch rein. Ich hoffe, ihr geht es gut. Oh, hallo. Gibt es hier noch irgendjemand mit einem besonderen Namen, der irgendwie noch eine Quest hätte? Scheint wohl nicht so zu sein. Dann ist das hier gerade mal die Schule. Einfach nur ein Trainingsraum. Moment mal. Geh mal da runter. Das gibt es auch bestimmt... Alles in Ordnung mit dir? Ein Leerraum oder sowas vielleicht? Ah, sie ist am Trainieren. Ach genau, hier. Hier ist der Leerraum. Hier waren wir doch auch schon mal... Ne, wir waren schon mal hier. Wir waren bei Nerim im Krieg. Jahrzehnte. Und jetzt bricht dieser wahnsinnige Chorek einen neuen vom Zaun. Dabei haben wir doch alle denselben Feind. Hallo, Kalia. Wieso ist die Tür zugegangen? Kalia? Ja? Ist es etwas Wichtiges? Wenn nicht, dann geh bitte. Mir ist nicht nach Gesellschaft. Ich dachte, ich sehe mal nach dir. Nach der ganzen Sache im Schloss. Sache. Ja. Das trifft es ganz gut. Aber danke. Wie gesagt, ich will momentan einfach nur meine Ruhe. Aber... Was aber? Ich will deine Verhätschelei, deinen Trost oder was auch immer du mir geben willst nicht. Ich will einfach nur meine Ruhe. Aber du, du kommst immer wieder wie ein verdammter Hund, der es einfach nicht kapieren will. Warum? Warum schaffst du es nicht, mich als das zu sehen, was ich bin? Alle anderen schaffen es doch auch. Warum also du nicht? Es braucht schon etwas mehr als ein paar abergläubige Idioten, damit du mich loswirst. Du hast keine Ahnung, was du da sagst. Ich bin ein Monster, verdammt nochmal. Eine magische Perversion. Und du, du stehst hier und denkst, du würdest mich kennen. Das ist einfach ein Witz. Der größte Witz seit Sternenfall. Und der schlechteste. Hast du eine Vorstellung davon, was mein erster Impuls war, als ich dich in Alto Thulgrad sah? Das Blut auf deinem Gesicht in der Falle dieses Briganten? Okay, das sieht ein bisschen dumm aus mit der Puppe. Hast du auch nur die geringste Vorstellung, was ich am liebsten getan hätte? Aber du hast es nicht getan. Wie tröstlich. Wie verdammt nochmal tröstlich. Du hast keine Ahnung, weißt du. Du hast keine Ahnung davon, wie viel Geistesstärke, wie viel Disziplin es mich jedes Mal kostet, es zurückzukämpfen. Nicht nachzugeben. All das, ich... Warum, Saira? Warum? Warum muss ich so sein? Ich habe nie darum gebeten, von den Toten zurückgeholt zu werden. Ich wollte kein verfluchter Engel werden. Und ich habe mit Sicherheit nie darum gebeten, Tag ein Tag aus gegen dieses perverse Bedürfnis ankämpfen zu müssen. Das scheinbar alles ist, was mich verdammt nochmal definiert. Vielleicht sollte ich einfach aufhören, es zu bekämpfen. Vielleicht ist dieses Ding, zu dem ich im Schloss geworden bin, mein wahres Gesicht. Und das hier nur eine schlechte Maske, mit der ich mich selbst zu belügen versuche. Wow, verdammt, das ist jetzt echt nicht einfach. Was ist vor allem das hier? Äh, vielleicht gibt es die Tatsache, dass du dieses etwas ständig bekämpfst und zu unterdrücken versuchst. Ihm auch erst seine Kraft. Ein interessanter Gedanke. Aber was bedeutet das im Umkehrschluss? Soll ich es einfach akzeptieren, dass ich ein Monster bin? Ich muss nachdenken, Saira. Bitte geh. Okay, damit hätten wir das auch schon schnell abgeschlossen. Okay. Aber gut, das ist auf jeden Fall, äh, ja. Kann man gut verstehen auf der einen Seite. Ach, er übt. Deswegen hat der so den Zauber gezogen hier. Der kam nämlich gerade irgendwie eben so ein bisschen bedrohlich die Treppe hoch. Gut, dann haben wir diese Quest auch jetzt mal noch schnell abgeschlossen. Gut, dann meine lieben Freunde, würde ich sagen, machen wir, wie gesagt, jetzt bevor wir mit der Hauptfest weitermachen, erstmal wieder mit einem bisschen Erkunden weiter. Wir wollten ja eigentlich hier unten anfangen. Ich werde einfach mal zum Hafentor gehen und von da aus werden wir jetzt dann einfach uns hier ein bisschen durch die Wildnis kämpfen. So die ersten Parts, denke ich. Und, äh, ja. Die Hauptquist kann jetzt erstmal wieder warten, würde ich sagen. Und dann sehen wir weiter, ne? Wir müssen ja auch noch die mystischen Kreaturen finden und den ganzen Kram noch. Da ist ja auch noch einiges, das wir, ähm, machen. So, ich, wo bin ich? War hier nicht, ah, da hinten ist die Brücke. Okay, wisst du was? Wenn du schon hier bist, Pferd, dann nutze ich dich. Denn das Wildpferd scheint wohl immer mein Begleiter jetzt zu sein. Das finde ich relativ nett von dem Pferd. Das muss ich schon sagen. Oh, nein, 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 nein. Geh lieber. Wir haben ungebildeten Besuch hier. Was? Wo kommst du denn her? Ich darf wieder nicht vergessen, dass ich hier draußen schön mal eine Eis-Zauber benutze. Weil die sind so stark hier, vor allem gegen Menschen, finde ich. So. Auch es wird abends. Ne, wisst ihr, was ich da gerade mache? Ich würde jetzt einmal komplett hier durchpennen. Bis es wieder Tag ist. So. Da würde ich sagen, gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Hier ist ein Friedhof. Oh je, okay. AK-Friedhof oder was? Und rote. Da braucht es das. Der Friedhof. Oh ja, da sind auf jeden Fall auch schon die etwas stärkeren Untoten hier. Einfach nur der Friedhof. Aber ich denke mal, das ist hier vom Ark der Friedhof. Oh, was sehe ich denn da hinten? Was sehe ich denn da? Das ist doch, ne? Das ist doch für... Oh, wo kommst du denn her? Das ist doch für... Ambrosia, ne? Oder? Hier. Diese Baldrisswurzel. Bin ich aber gerade nochmal echt unsicher. Ja, genau. Das ist ja Ambrosia. Wusste ich's. So, dann gehen wir mal in die Friedhofskruft. Lieber aber natürlich hier... ...mit dem Feuerzauber. Ich höre auf jeden Fall auch schon die Untoten... ...hier irgendwo rumrennen. So, hier geht's auf jeden Fall runter. So, aber ihr seid wieder etwas schwächer. Okay. Ja, ja, ja. Schieß doch ruhig nur. Das bisschen Schaden juckt mich jetzt auch nicht. So, hallo. Und tschüss zugleich. Da ist noch einer. Ach, egal. Komm, machen wir erst nochmal zu hier. Oh, das hier ist... ...größer... ...als gedacht. Ich hab mal ein bisschen Salz mitgenommen. So, das Knochenmehl kann ich jetzt ja wieder fröhlich mitnehmen. Oh, das ist dunkel hier. So, jetzt seht ihr mehr. Oh. Schön, schön, immer mitnehmen. Obwohl, den versteckten Lederschilden... Ne, komm, den... ...den nehm ich mit. Okay, soweit erstmal nichts Besonderes... ...besonderes, außer den Lähmungstank hier. Ach, verdammte Scheiße. Das... Uh. Oh, das war knapp. Oh. Hm. Sehr, sehr knapp. Oh, hallo. Oh. Boah, also, das hat sich schon gelohnt, hier vorbeizuschauen. Ach, das ist eine Urne. Aber das war's. Mehr ist hier nicht. Okay, gut. Oh, was war hier drin? Ne, 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 will ich jetzt nicht. Ja, gut, dann können wir ja wieder hier weg. Wenn das soweit alles ist. Dann, äh, passt das. Alles klaro. Okay, das ging schnell. Gut, dann will ich jetzt hier auch dann... ...ähm, äh, gleich den Part beenden. Und dann werden wir einfach genau hier weitermachen. Mit dem Erkunden. So, hier draußen auf jeden Fall lieber den Nice-Zauber rausholen. Und die Schmetterlinge will ich aber mir noch fangen. Und ich auch. Und ich auch. Lachs vielleicht. Achso, das war nur Lachs. Schade. Gut, meine lieben Freunde, dann sehen wir uns, wie gesagt, hier beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, let's play, endet well. Macht es gut. Ciao. Ciao.